Transitfrequenz ist hier ein Begriff im Zusammenhang mit den Operationsverstärkern. Hier eingeblendet ist ein Diagramm, welches die Abhängigkeit zwischen dem Verstärkungsfaktor und der Frequenz aufzeigt. Das Ganze in einem Verstärkungssystem, wie zum Beispiel dem Operationsverstärker. Die Transitfrequenz nennt man die Frequenz, bei der keine Verstärkung mehr stattfindet. Also bei dem gezeigten Diagramm die Frequenz, bei welcher der Verstärkungsfaktor 1 beträgt. In dem eingeblendeten Beispiel habe ich das Ganze mit Rot markiert. Ich bin Enrique Fernandes, hier bei FMH Studios. Bis zum nächsten Video. Adios.